Wenn Ihr Arzt Sie kaum anschaut, unengagiert ist, grimmig ist, dann fühlen Sie sich nicht wohl, nicht gesehen, nicht verstanden. Und das ist für die Heilung nicht förderlich. Was Kommunikation bedeutet in der besonderen Beziehung zwischen Arzt und Patient rund um das gesprochene Wort, aber auch Mimik und Körpersprache, darüber habe ich ein Buch geschrieben. Wir müssen reden, Frau Doktor, wie Ärzte ticken und was Patienten brauchen. Das Rezept für eine besondere Beziehung.